Leute, ihr glaubt nicht, was ich eben gelesen habe. Das sympathischste Sternzeichen, Platz 1. Unglaublich. Dieses Sternzeichen zeichnet sich durch seine freundliche und zugängliche Persönlichkeit aus. Sie haben die Fähigkeit, sich in jedem Raum willkommen und akzeptiert zu fühlen. Sie sind immer bereit zu helfen und haben ein natürliches Talent dafür, die Leute um sich herum aufzumuntern. Aber nicht nur das, sie sind auch dafür bekannt, tolle Zuhörer zu sein. Sie nehmen sich immer die Zeit, den Menschen in ihrem Leben zuzuhören und Lösungen für deren Probleme zu finden. Ihre empathische und fürsorgliche Natur macht sie zu beliebten Freunden und Wegbegleitern. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, welches Sternzeichen meint er nur? Ich gebe euch ein paar Hinweise. Und zwar handelt es sich hierbei um ein Wasserzeichen, regiert vom Mond, der für Emotionen, Intuition und Fürsorge steht. Und dieses Sternzeichen, das sympathischste Sternzeichen, Platz 1, lautet Krebs.